ramadan tag 13 wir fangen an wieder mit einem gesunden snack ich mache schnell die energie snickers kugeln genau ihr wisst ja ich stehe gerade total auf diese gesunde snickers varianten aber diesmal als energie kugeln eigentlich relativ die gleichen zutaten haferflocken ich nehme diesmal zarte haferflocken dann daten erdnuss muss ich habe gesehen da war ein bisschen ahornsirup mit drin ich gucke mal vielleicht ist es auch ein bisschen damit das ein bisschen klebriger wird aber ich schau mal ich habe jetzt zwei daten mehr reingenommen als ich das im rezept gesehen habe und erdnüsse ich habe einmal ungesalzene einmal gesalzene die ungesalzenen mache ich mit rein die gesalzenen da kommen dann noch mal oben drauf zartbitter schokolade wird das ganze dann gewählt also wieder super einfach super easy ihr könnt das ganze in jeglicher mixer küchenmaschine machen ich nehme natürlich wieder in thermomix und nicht wundern mit dem hat mir gestern abend auch ein henna tattoo gemacht sie hat das henna benutzt was sie eigentlich für sich selber und auch für all die anderen mädchen benutzt hat aber ich habe allergisch reagiert mal wieder ich habe vor zehn jahren mir von einer freundin henna tattoo machen lassen mit schwarzer henna da habe ich so allergisch reagiert ich hatte so eine hand die war so geschwollen es hat so gejuckt es war so schlimm weil das war halt einfach chemie mit drin weil schwarzes henna gibt es nicht das ist aber eigentlich 100% natürliches henna entweder stimmt das nicht und es war jetzt nicht 100% natur oder es war mein fehler weil ich habe danach handcreme benutzt und mit dem perfum und so vielleicht hat es daraus reagiert ich weiß es nicht auf jeden fall gibt es gerade und ist ein bisschen wird gerade ein bisschen dick bis gerötet ich weiß gar ob ihr das hier seht mit dem mit dem licht hier aber ja ich mache gleich noch mal ein bisschen panthenol creme drauf ich habe so ein bisschen mehr panthenol creme vorhin schon drauf gemacht das hat auf jeden fall den juckreiz gelindert aber ja ich mache gleich noch mal was drauf der hoffnung dass es nicht so schlimm wird wie beim letzten mal ich verstehe es aber nicht wo hatte ich ein acht letztes mal hat mir glaube ich mehr dem innenhand fläche henna gemacht bei ihren den fingern ist nichts nach hier hier eine handfläche ist die haut ja schon relativ dünn weiß ich nicht ja schade wollte ich mit meinem schönen henna tattoo angeben und jetzt haben wir wieder so ein schlamassel machen das schnell und die kinder können ja wer lust hat kann mir die kügelchen formen ja dieses next bin ich richtig gut weil die gehen super schnell schmeckt auch richtig gut und man hat jetzt hier ja relativ gute zutaten die halt wenigstens noch ein bisschen mehr werte haben also wieder so eine tap angabe zwei cups was waren letztes mal ein cup war ja mal um das schön ich mach es ja immer nicht so genau genau müssen wir es nicht nehmen doch das passt ja perfekt wer hasst das auch immer wenn man die egal welche muss muss als erstes aufmacht muss man erst mal so verrühren weil das ganze öl sich immer oben absetzt das ist schön sehr nervig so ein halbes cup jetzt nicht kaputt dafür dreckig machen das wären zwei esslöbel ja sag ich dir jetzt scheint grad wieder die sonne schön die jungs sind rausgegangen fußball spielen ich sag's euch ne die jugend hat energie fasten hin oder her die sind aktiv ich mach das ganze jetzt mal ohne den ahornsirup und schau mal wie die konsistenz wird ob da jetzt dann nötig ist den ahornsirup zu verwenden oder nicht falls ihr so trockene datteln habt dann könnt ihr die ruhig halbe stunde in etwas wasser einlegen heißes wasser so ich habe jetzt während des mixens habe ich schon wieder gesehen dass es so staubig war und habe ein schuss von dem ahornsirup rein gemacht und so hat sich das ganze schön verbunden ja jetzt haben wir hier eine sehr schöne klebrige masse also doch so ein schuss an sirup oder honig oder was ihr halt so da habt dann doch vielleicht ganz gut das riecht schon wieder super lecker das ist so richtig so ein snack nach meinem geschmack bisschen klein wird jetzt alle so gleich groß hinzukriegen das immer so eine sache für sich dass euch die größer machen so dass wir jetzt ein haben genau für den mund soll ich die so haben mäßig machen oder größer machen so ein happen ist schon gut wenn man das so mit einem happen vernascht ihr könnt auch hier wieder falls ihr keine lust habt jetzt so kugeln zu formen macht es auch in so machen fernchen oder irgendwas so silikon fernchen fest drücken und dann könnt ihr schokolade drauf machen dann habt ihr auch wieder solche cups oder sonne also muss nicht unbedingt kugeln sein könnt ihr auch in riegel form oder so machen so ich hole mir jetzt mal helfen der händchen die können hier die kugeln weiterformen und ich schmelze schon mal die schokolade ich habe jetzt hier die zartbitterschokolade geschmolzen es war jetzt so ungefähr 150 gramm mit einem halben teelöffel kokosnussöl einfach damit die schokolade nicht so hart wird dann tunke ich das hier so rein einmal wälzen ich weiß nicht ob das damit gut ist oder mit einer gabel schokolade abkühlt machen wir auch noch die gehackten erdnüsse noch so oben drauf dann können ja auch da dran kleben bleiben ja wie ich mache mal erst mal schon mal ein bisschen das gemüse vorbereiten und zwar gibt es heute einmal eine blumenkohle suppe ja ich glaube ich mache die auch im thermomix ich finde es immer so praktisch wenn so der herd bisschen freier ist und der thermomix alles macht aber so zucchini meine zucchini cremesuppe kennt ihr brokkoli cremesuppe und genauso jetzt auch die blumenkohl suppe ist eigentlich immer das gleiche basis irgendein gemüse dazu ein bisschen kartoffeln das macht die super noch mal schön sämiger in gemüsebrühe und ein bisschen gewürze und so weiter kochen ein schluck sahne am ende ein bisschen kräuter wenn man mag hier mal ein bisschen sie dir noch mit dazu und schon hat man eine cremige gemüsesuppe also das ist ja immer super easy finde ich so jetzt ist gerade wieder dunkel geworden es hat angefangen zu regnen kids sind auch reingekommen ich lasse den aufgleich dass die mir helfen mit den kartoffeln und so weiter auf jeden fall gibt es heute ein moussaka moussaka gibt es verschiedene varianten ihr wisst ja ich halte mich nie so wirklich an rezepte ich mache das heute normalerweise ihr wisst ihr mag wenn da viel verschiedene gemüse und variante sind ich mache es heute nur aus aubergine und kartoffeln die werden so ein bisschen leicht erst mal vorher angebraten oder frittiert und dann mache ich eine art soße oder auf jeden fall zum hackfleisch mit zwiebel knoblauch mit dieser türkischen spitz paprika wird das ganze angebraten tomaten und dann kommt das alles in der auflaufform und noch mal mit käse überbacken also auch was sehr leckeres und auch hier normalerweise würde man dazu reis oder bulgur noch machen aber ich habe immer von gestern ein bisschen kartoffelpüree übrig auch ein bisschen was von den boden und ich will jetzt das morgen wirklich nichts übrig bleibt mache ich jetzt kein reis dazu weil morgen kriegen wir besuchen warum habe ich viel zu essen und deswegen will ich jetzt nicht dass hier noch irgendwelche töpfe mit essen übrig bleiben wir haben ja auch jedes mal frisches fladenbrot nur zum essen deswegen denke ich auch das können der noch mehr beilage haben möchte kann halt fladenbrot noch dazu essen das reicht also ich habe wirklich gemerkt man ist halt einfach nicht so große portionen wie man es normalerweise essen würde ja deswegen schaue ich mal ich habe jetzt die praline da hinten ans fenster gelegt da ist jetzt ein bisschen kühler ich habe es nicht vergessen auch eine platte vorher drunter zu legen damit ich das in kühlschrank packen kann ich lass es erstmal so abkühlen dann packe ich die um und dann können die in den kühlschrank noch mal und dann machen wir heute abend den taste test natürlich aber das wird auf jeden fall lecker das weiß ich jetzt schon also ich sag's euch ich bin wirklich so warum irgendwie so stark verarbeitete industrie süßigkeiten und sowas kaufen wenn es eigentlich so einfach ist schnell ein kuchen zusammen zu mixen so ein kuchen und sowas geht ja sowieso immer schnell oder eben sich so eine snacks zu machen also ich finde das ist gar nicht so viel arbeit das ging jetzt auch super schnell wenn die kinder habt ihr könnt damit machen mithelfen abkühlen sollte ich ja sowas nicht so viel schauce ich habe mich nicht so viel zu machen Kaffee Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zitzen. 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 bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Schöne moussaka ist im ofen suppe ist im thermomix dazu passt jetzt am besten der gurkensalat mit joghurt ich bin zu dem moussaka das ist ein bisschen fertig ist aber so muss das sein passt jetzt ganz gut so ein bisschen ja leichter frischer joghurt salat joghurt salat ok gurkensalat mit joghurt joghurt habe ich ja gestern fresh gemacht gurke dill knoblauch salz das war's auf noch so ein kleiner klecks von dem gestrigen essen übrig ist der kartoffelpüree ein bisschen von dem dünnchen verteile ich jeden einfach noch ein klecks auf dem teller ich habe schon probiert ich habe schon probiert das muss schmeckt richtig lecker können wir auf jeden Fall so nachmachen, habe ich gut gemacht ich habe wieder neue Blümchen bekommen machen wir mal in die Vase aber die haben sehr gut gehalten zwei hatten ihren Kopf hängen lassen aber die haben mir richtig gefallen die Rosen ich fand die Farbe hier sehr schön weil die so leicht rosa sind also das Musaka war richtig richtig lecker ein bisschen fettig so die Aubergine saugt schon ein bisschen viel Fett ein aber es war sehr lecker hat allen geschmeckt und es ist nichts übrig geblieben wir haben alles leer gefuttert das ist nämlich gut muss auch die Küche aufräumen und ich glaube ich mache jetzt noch mal eine neue Runde Waffeln nach dem letzten Fail machen wir mal einen neuen Versuch mit den Waffeln Mann die ist zu breit dafür ich glaube genau da werde ich jetzt gut hier rein zu machen warte wir tauschen mal einfach besser 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 wir machen noch zusammen den taste test von den Snickers Energiekugeln guck mal die sehen doch toll aus ich habe auch noch aus der restlichen Schokolade die so Schokolade die übrig geblieben ist solche kleinen Thaler gemacht also wenn ihr so Schokolade habt kann man einfach so auf das Backpapier einfach so rauf gießen und dann so mit Nüssen nochmal verzieren man einfach nochmal so eine dünne ich finde das schmeckt auch voll lecker wenn man so eine dünne Schokotale hat erstmal schneiden wir eine auf und wir schauen wie das drinnen aussieht das ist wie so eine Mozartkugel du ich sagst du Mozartkugeln sind nicht heller ich kenne ihn nur von damals so sieht das ganze drinnen aus schaut mal sieht schön aus saftig cremig machen wir den taste test schön erdnussig könnt ihr aber auch mit anderen Nüssen machen das zum Beispiel Mandeln rein und dann Mandeln muss oder hasenluss und hasenluss muss so schaut mal wie schön das aussieht so in so einer wie nennt man das jetzt so Deckel zu guckt doch mal das ist doch schöne stell dir vor dass jetzt jemanden so als Gast geschenkt mitzubringen oh das ist doch mega voll schön guck jetzt mal da Erdnuss obendrauf jetzt kommt der beste Teil ja "'is bist du lustig!' guck 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 ich μ$€' ja warte der politisch aus spieler ja ich mache jetzt auch hier schluss ich will das video rechtzeitig schneiden weil morgen ist viel zu tun morgen kommt besucht morgen sind wir zu 15 also hoffe ich wir sehen uns morgen wieder bei ramadan tag 14 also meine lieben danke fürs zuschauen danke für eure lieben netten kommentare für euren daumen nach oben und ich hoffe wir sehen uns morgen wieder bis zum nächsten mal